Herzlich Willkommen Hartmut Rosa. Haben Sie eigentlich genug Zeit? Leider nein. Ich wünschte, ich hätte weit mehr davon. Wenn Sie das wissen, was bedeutet das? Was verändert sich durch dieses Wissen? Na ja, es hat mich immerhin dazu gebracht, da ziemlich viel Lebenszeit und auch wissenschaftliche Forschungszeit zu investieren, über diese Frage erstmal nachzudenken. Also wieso habe ich die ganze Zeit keine Zeit? Nachdem Sie so viel nachgedacht haben, haben Sie viel Zeit damit verbracht? Haben Sie sie verschwendet oder wissen Sie mittlerweile mehr, wie Sie gut mit Ihrer Zeit umgehen? Also erstmal, ich weiß jetzt, wieso ich keine habe. Ich finde, das ist auch schon mal was. Und weiß auch, dass es nicht unbedingt ein individueller Fehler ist, also falsches Zeitmanagement oder so etwas, sondern ein strukturelles Faktum unserer modernen Gesellschaft. Allerdings hilft mir das nur beschränkt. Ist Ihre Beziehung zur Zeit, Sie sind jetzt dann doch wie alt, wenn ich fragen darf? 52. Ist Ihre Beziehung zur Zeit in den Jahrzehnten Ihrer Existenz eine andere Zeitbeziehung geworden? Ja, ich glaube, daran kann es keinen Zweifel geben. Also ich meine, wenn man jung ist, das hat sogar mehrere Dimensionen. Also wenn man erstmal jung ist, ist Zeit eigentlich ein Meer von Unendlichkeit. Also ich denke an die sechs Wochen Sommerferien, die waren einfach ein Abgrund eigentlich. Also wenn man in die Sommerferien ging, dann war da ein Meer zwischen einem selbst und dem Wiederbeginn, dem nächsten Schuljahr. Und heute ist das natürlich ganz anders. Sechs Wochen sind sehr, sehr kurz geworden. Und ich glaube, man gewinnt auch einen anderen Sinn für das Verstreichen von Zeit, übrigens auch für historische Zeit. Ich glaube, ich hatte bis ich 35 war oder so eigentlich keinen Sinn für Geschichtlichkeit. Weil es gab irgendwie die Jetzt-Zeit und dann irgendwie eine, also die Vergangenheit war alles gleich. Also und jetzt habe ich plötzlich einen Sinn, allerdings auch für die Verbundenheit mit der Geschichte. Wird Zeit wertvoller, wenn man weiß, dass sie vergänglich ist oder sie in Relation setzt zur eigenen Lebenszeit mit dem Empfinden, wie viel Zeit maximal bleiben könnte? Kommt darauf an, was man mit wertvoll meint. Also ich würde sagen, in der Bewertung wahrscheinlich schon, weil man feststellt, die ist nicht unendlich. Also daher kommt ja auch dieses Gefühl, dass man auf keinen Fall Zeit verschwenden will. Also tatsächlich bin ich da sehr, sehr ungeduldig, wenn ich das Gefühl habe, jemand oder etwas verschwendet meine Zeit, dann werde ich sehr kribbelig, stelle ich fest. Aber in der Erfahrung nicht unbedingt. Also als gelebte Zeit, welche Zeit war die intensivere, die vielleicht sogar reichhaltigere, dann würde ich sagen, die wird eher dürrer statt wertvoller. James Krüß schreibt, Zitat, haltet die Uhren an, vergisst die Zeit, ich will euch Geschichten erzählen. Wann haben Sie zum letzten Mal die Zeit vergessen? Das ist eine gute Frage, ja. Also es stimmt schon, in dem Moment, wo man nicht auf die Uhr guckt und nicht dieses Bewusstsein hat der ablaufenden Zeit, vergisst man sie. Das passiert mir häufig, wenn ich Orgel spiele eigentlich, schließe mich oft, weil ich manchmal Sonntag im Gottesdienst orgle, schließe ich mich Freitags in der Kirche, oder nein, Sonntags orgle, schließe ich mich Samstag in der Kirche ein und dann spiele ich so lange, bis ich zufrieden bin. Das kann ziemlich lange dauern. Aber was passiert denn, wenn die Zeit zeitlos wird oder wenn man nicht an sie denkt oder sein Sein nicht mehr in Zeit übersetzt? Was ist das, was in einem dann passiert und vorgeht? Also ich glaube, das hat mich ja ganz stark beschäftigt, auch in der Suche nach einer Lösung, dass das dann eine andere Form des in die Zeit gestellt seins oder in die Welt gestellt seins ist. Man steht da, wo man Zeit vergisst tatsächlich, ist man in intensiven Kontakt. Ich würde sagen mit der Welt und diese Welt, das kann ein anderer Mensch sein, das können Berge sein, da passiert mir das häufig auch. Oder auch eine Arbeitsaufgabe, wenn man etwas schreibt. Das ist interessant, weil ich hätte gedacht, dass die Voraussetzung ist, dass man ganz intensiv mit sich ist. Also die Authentizität zwischen Handeln und sich selbst, ob jetzt im Verhältnis in Bergen oder mit jemand anders sein, ist die Voraussetzung, um Zeit nicht mehr zu messen. Ja, das ist interessant. Also ich glaube eigentlich, dieses Moment des Zeitvergessens tritt da ein, wo die Grenze zwischen mir und der Welt oder dem anderen durchlässig wird. Ich habe das versucht zu beschreiben als das Entstehen einer Resonanzachse und die hat tatsächlich die Besonderheit, dass sie sowohl ganz nach innen geht, also man ist ganz bei sich, als auch gleichzeitig ganz bei einer anderen Sache, bei einem Buch, das mich fesselt, bei einer Musik, das ich höre, bei einer Arbeit, die ich tue oder bei einem Menschen, mit denen ich mich unterhalte. Diese Achse hat immer diese spezielle Form, dass man gar nicht sagen kann, bin ich jetzt ganz bei mir oder ganz bei Ihnen zum Beispiel in einem Gespräch. Da sieht man ja auch, eigentlich kommt das auf das Dazwischen an. Es entsteht ein Dazwischen, welches so intensiv ist, dass man die Zeit davor und danach vergisst, aber nicht vergisst im Sinne von abschneidet, sondern ich nenne das manchmal auch eine Form der Co-Präsenz. Das Vergangene und das Zukünftige ist in diesem Moment sogar mitlebendig. Diese Gedanken wollen wir gleich vertiefen. Im Gedanken steht also doch die Frage, was ist das mit der Zeit? Und das ist wohl eine Frage, die nicht nur in der moderne, in der beschleunigten moderne Menschen betrifft, sondern seit es sie gibt. Der Philosoph Augustinus, als er gefragt wurde, was ist jetzt Zeit, sagte, ich finde mit einer sehr entwaffneten Ehrlichkeit, Zitat, wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich es einen Fragenden erklären, weiß ich es nicht. Geht es Ihnen genauso? Das geht mir absolut so und auch alle meine Anstrengungen waren da ergebnislos. Also ich dachte, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ich muss jetzt erstmal alle Zeitsoziologen studieren. Dann habe ich festgestellt, da gibt es eigentlich nur Chaos. Jeder Soziologe verwendet einen anderen Begriff. Also dachte ich, ich muss in der Philosophie suchen und habe festgestellt, die sind eigentlich nicht weitergekommen seit Augustinus. Also die Frage, ist Zeit ein subjektives Moment der Erfahrung oder der Anschauung, wie Kant sagt, oder ein objektives, wie Newton sagt, ist sie real oder irreal? Alle diese Fragen hat man überhaupt nicht beantwortet. Dann fangen wir doch mal damit an und gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Also Sie haben es gerade angesprochen, der Philosoph Kant sagt, Zitat, Raum und Zeit sind nicht Gegenstände der Wahrnehmung, sie sind nicht Dinge an sich, das ist nicht etwas außer der Vorstellung Existierendes. Was heißt das? Ja, das ist ziemlich verrückt eigentlich, dass die Zeit nicht da draußen, sondern eigentlich in uns drin ist. Es ist die Form oder ein Moment der Form, in der wir Welt wahrnehmen und in der wir auf Welt bezogen sind und nicht ein Bestandteil der Welt. Allerdings, glaube ich, wir sind völlig unfähig zu verstehen, was das philosophisch bedeutet. Tatsächlich grübel ich sehr häufig darüber. Was heißt das eigentlich, wenn Zeit nicht wirklich Bestandteil der Welt ist? Dann sind die Toten eigentlich nicht tot und die zukünftigen nicht noch nicht da? Die Zeit ändert ja nichts daran, ob sie Bestandteil der Welt ist oder nicht. Dass wenn der Mensch psychisch in seiner physischen Gesamtheit nicht mehr ist, dann auch zeitlos nicht mehr wird. Also der statische Zustand ist ja in beiden Fällen dann ein dynamischer. Du kannst tot sein, auch wenn du kein Verhältnis zur Zeit hast, ist der Tod tot. Der Tod ist ja nicht nur ein Zeitabschnitt, sondern ein Seinsabschnitt. Ja, aber was würde das bedeuten? Also würde das bedeuten, dass wenn ich tot bin, die Welt auch nie existiert hat? Weil sie natürlich für mich nicht existiert. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist... Existiert die Welt nur, wenn man sie sich in Zeit und Raum vorstellt und feststellt, das kann ich gar nicht so richtig? Also auf jeden Fall glaube ich, dass wir uns Welt, eigentlich gar nichts, aber ich sage mal Welt oder Universum nicht ohne Zeit vorstellen können und genauso wenig ohne Raum. Also das ist irgendwie... Eigentlich ist das allerdings auch das, was Kant durchaus sagt. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Welt ohne die Zeit. Und deshalb denkt man, die Zeit gehört zur Welt. Es muss doch eine Vergangenheit und eine Zukunft geben und wenn ich tot bin sozusagen. Oder auch ein Raum. Das sind diese klassischen Fragen, wo man fragt, was ist denn hinter dem Ende des Weltalls? Wir können nicht anders, als uns denn eine Unendlichkeit des Raums oder Zeit zu denken. Die Frage ist, ob wir uns das überhaupt vorstellen können. Können wir uns als Menschen Unendlichkeit vorstellen? Oder machen wir uns eine Vorstellung, was diese Vorstellung sein könnte? Wir können uns nicht Unendlichkeit vorstellen, da halte ich für sehr unwahrscheinlich eigentlich. Wir können es nicht. Aber wir können uns auch nicht ein Ende der Zeit vorstellen. Das heißt, wir haben die Vorstellung eines immer weiter gehens. Also eigentlich, glaube ich, haben wir die Vorstellung einer immer weiter vorrückenden Grenze. Das ergibt uns noch nicht die Möglichkeit, Unendlichkeit zu denken. Aber wir können diese Bewegung nicht stillstellen in unserem Denken. Obwohl der Mensch endlich ist, meinen Sie, der Mensch kann sich seine Endlichkeit vorstellen? Ob er sich seine eigene Endlichkeit vorstellen kann, das ist schwierig. Er kann es auf einer abstrakten Ebene. Natürlich wissen wir, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Ich meine, der Tod ist diese große Unverfügbarkeit in unserem Leben eigentlich als eine Grenze, die definitiv eintritt und die, von der ich sicher bin, das ist ein großer Punkt bei Heidegger zum Beispiel, dass sie unsere Zeiterfahrung ganz wesentlich mitbestimmt. Also das Wissen um unsere Endlichkeit. Aber wir wissen nicht wann. Nein, wir wissen nur das. Wir wissen das. Wir wissen nicht wann. Und vor allen Dingen fragen wir uns aber sozusagen automatisch, was wird denn danach sein? Also das ist die große Frage. Aber moderne Menschen würden sich auch fragen, was wird bis dahin sein? Und versuchen mit ihrer Zeit, die sie eben nicht messen können, weil sie den Termin der Endzeit nicht kennen, das Beste draus zu machen. Schafft man das denn dann? Also das, ich glaube, scheint mir ganz zentral zu sein. Also wir wissen, dass wir sterben müssen. Wir wissen nicht wann wir sterben müssen. Wir haben keine Ahnung, ob es danach weitergeht und wie es weitergeht. Also wir können da verschiedene Dinge glauben. Aber das Schwergewicht unserer Lebensführung liegt auf dem Leben vor dem Tod. Und ich glaube, dass Beschleunigung, eines meiner großen Themen, der Veränderung der Zeitstrukturen, direkt eine Antwort auf dieses Problem der Endlichkeit ist. Weil ich denke, unsere Realität ist die. Ich weiß, eines Tages muss ich sterben. Und daran kann ich leider nichts ändern. Aber bis es soweit ist, will ich noch möglichst viel, eigentlich Welt ausschöpfen, noch möglichst viele Erfahrungen machen, auch möglichst viele meiner eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist ein Prinzip, was man in Goethes Faust schön dargelegt führt. Dieser Versuch, mehr Welt in Reichweite zu bringen, mehr Welt mitzunehmen, bevor wir sterben müssen. Aber das wäre ja die Hoffnung, Zeit überrumpeln zu können. Ja, das führt auf so eine Idee wie ein ewiges Leben vor der Tod. Marianne Grunemeyer hat das mal ausgeführt. Also wie gesagt, die Vorstellung ist, ja, ich muss sterben, aber bevor es soweit ist, will ich noch ganz viele Menschen treffen, noch ganz viele Lieder singen oder hören, noch ganz viele Bücher schreiben oder lesen. Und ja, da kommt auch so etwas wie ein ewiges Leben vor dem Tod. Ist Zeit eine objektive Größe? Also wenn wir jetzt mit Physikern sprechen würden, würde also Einstein hier sitzen oder andere, dann würden wir darüber vielleicht nochmal anders reden. Aber lassen Sie uns das diskutieren aus geisteswissenschaftlicher Sicht. Ist Zeit eine objektive Größe oder eine Konstruktion unseres Gehirns? Also das ist ja genau die Frage sozusagen. Vermutlich ist es, also es gibt da neuerdings Ansätze, New Materialism wird es genannt, neuer Materialismus oder so, Bruno Latour wäre ein Denker, der immer von einer Kokonstruktion spricht oder das nahelegt. Und das scheint mir ziemlich plausibel, also möglicherweise oder am plausibelsten ist es über Zeit und solche Dinge nachzudenken als eine Kokonstruktion. Und da draußen ist etwas, natürliche Prozesse, die wirken auf eine bestimmte Weise, aber wir projizieren auch unsere, wenn Sie so wollen, Geist oder unsere eigenen Fähigkeiten auf die Welt hinaus. Und was dann entsteht, ist das, was wir Wirklichkeit nennen könnten und die wird Kokonstruktion. Also eine dieser Konstruktion ist ja zu sagen, es gibt Sekunden, es gibt Minuten, es gibt Stunden, es gibt Tage, Wochen, Zeit, Einheiten. Wer und was misst die Zeit? Also ich meine, wenn man sich sozusagen auf einen Radikal-Konstruktivismus hinbewegt und sagt, eigentlich sind es also unsere Projektionen, dann muss man auf jeden Fall sehen, dass die halt intersubjektiv verankert sind und institutionalisiert sind. Also wenn Sie zum Flughafen kommen und das Flugzeug ist weg, können Sie nicht sagen, ja, aber Zeit ist doch sozial konstruiert. Da ist es eine super harte Realität geworden, die sozusagen auch in den materiellen Strukturen ihre Wirkung hinterlässt. Und in diesem Sinne ist sie definitiv objektiviert, materialisiert, institutionalisiert und löst sich von unserer subjektiven Erfahrung ganz und gar ab. Deshalb sind mir eigentlich geistes- und sozialwissenschaftliche Ideen suspekt, die dann sagen, naja, dass Zeit relativ ist, hat schon Einstein bewiesen und dass sie konstruiert ist, wissen wir auch und deshalb ist Pünktlichkeit heute kein Thema mehr oder so. Das halte ich für falsch, weil sie natürlich in ganz vielerlei Hinsichten zentral ist. Der Mensch erlebt die Zeit mindestens in Urzeiten schon mit dem Licht und dem Dunkeln, also die Sonne und den Mond und alles, was Astrophysik und ähnliches uns dazu liefert, sind ja Ergebnisse und auch Erkenntnisse, die ganz jung sind. Wenige hundert Jahre dachte man ja noch, alles dreht sich um die Erde und es hat viele Tote gebraucht, um das zu lernen. Aber was bleibt, ist dieses Gefühl, es gibt den Tag, der ist hell, es gibt die Nacht, die ist dunkel. Wenn man aber in der Moderne ist, fliegt man irgendwo hin und merkt, wo bei mir Tag war, ist dort Nacht. Lernen wir in der Moderne die Zeit eher kennen mit mehr Wissen und mehr Erfahrung als früher? Also ich glaube, da ist tatsächlich etwas ganz Wichtiges passiert, dass sich nämlich die Zeit vom Ort gelöst hat. Also ich stimme Ihnen völlig zu, Zeit haben wir in anderen Zeiten und Räumen wahrgenommen als Qualität des Ortes. Man hat Veränderungen des Ortes oder der Ortsqualitäten wahrgenommen. Also es ist mal hell und mal dunkel und es ist mal warm und mal kalt, wenn man in gemäßigten Breiten lebt, also Sommer oder Winter und Tag und Nacht. Und das sind aber eigentlich Ortsqualitäten. Also in meinem Dorf liegt mal Schnee und mal blüht es und mal ist es hell und mal ist es dunkel und so entsteht ein Zeitsinn. Da ist Zeit aber eine Ortsgröße. Und durch solche Sachen wie Eisenbahn, die haben natürlich da eine ganz wesentliche Rolle gespielt, haben wir die Zeit vom Ort gelöst. Ich kann jetzt angeben, es ist 19.24 Uhr egal, wie hell oder dunkel es draußen oder drinnen ist. Und diese Trennung von Raum und Zeit hat unser Zeitbewusstsein massiv verändert. Und dass wir Zeit als eine bearbeitbare Größe wahrnehmen, ist glaube ich auch nicht im Menschen oder in der Welt per se angelegt. Der Soziologe Norbert Elias hat da ein klasse kleines Essay geschrieben über die Zeit. Und der sagt, eigentlich geht das Wort Zeiten der Zeit als abstrakte Größe voraus, weil der Sinn für diese abstrakte Größe Zeit entsteht durch die Notwendigkeit, Dinge zu synchronisieren. Wenn ich in einem ganz kleinen Dorf oder lebe oder mit einem Clan durch die Wälder ziehe, brauche ich kein Zeitkonzept, weil man sich sozusagen vereinbart. Aber in dem Moment, wo Menschen auseinander treten und dann sagen, wir treffen uns morgen früh, da muss ich sagen, wann? Wenn die Sonne aufgeht oder in einem Jahr, wenn der Haselnuss wieder blüht oder so etwas. Da brauche ich ein Zeiten, das heißt eine Synchronisation von Prozessen. Und dadurch entsteht allmählich ein Zeitsinn, den wir jetzt vervollkommnet haben. Beherrschen wir die Zeit oder beherrscht die Zeit uns? Na da würde ich ziemlich eindeutig sagen, die Zeit beherrscht zunehmend uns. Warum? Ja, das ist das große Mysterium, würde ich wirklich sagen, weil wir ja eigentlich versucht haben und es auch hingekriegt haben, wenn Sie so wollen, Zeit zu bewirtschaften und damit auch verfügbar zu machen. Übrigens bewirtschaften wir sie schon damit, dass wir zum Beispiel über Ortsqualitäten jetzt selber bestimmen, wir bestimmen, wie hell oder dunkles im Studio ist und nicht mehr die Sonne und übrigens auch wie warm oder wie kalt es ist. Aber in diesem Zeitkontingent könnte ich ja als Mensch die Zeit beherrschen, im Sinne, dass ich autonom in der Zeit tue, was ich mir vornehme und damit sage, die Zeit beherrscht mich in diesem kurzen Augenblick nicht, sondern ich setze mich in dieser Zeit um. Aber das ist doch das aller, also ich finde, das ist genau das, das ist das moderne Rätsel der Zeit, ja. Mit Augustinus haben wir sozusagen das Urrätsel. Und das moderne Rätsel der Zeit ist, dass alle Technologien uns genau das versprechen. Schauen Sie sich die neuen digitalen Technologien an zum Beispiel. Sie bestimmen, wann Sie Nachrichten gucken. Und Sie bestimmen, wann Sie einen Film schauen und so weiter und so fort. Auch die Idee ist und auch, was Sie schauen und so. Das ist genau das, die Idee. Wir übernehmen die Herrschaft über die Zeit. Das haben wir mit dem Internet, mit dem Auto, mit allen Technologien immer und immer wieder versprochen. Und das Ergebnis ist, dass wir immer mehr versklavt werden oder uns selber versklaven, wenn Sie so wollen, und durch die Diktate eines unerbittlichen, eigentlich eines unerbittlichen Beschleunigungsregimes. Aber zu behaupten, wir würden uns versklaven, erinnert mich auch an die Diskussion, die mit der industriellen Revolution stattfand. Und der Mensch ist an Zeit gewöhnt, was nichts anderes bedeutet, als in seiner Zeit die Zeit so nutzen, wie er es gelernt hat. Dann kommt zum Beispiel, weil Sie es gesagt haben, die Eisenbahn. Der Mensch fährt mit der Eisenbahn. Es gibt diese Untersuchungen. Sehr viele wurden dann bei 30 kmh. Was für eine Geschwindigkeit, nicht? 30 Pferde. Die meisten wurden schlecht und übel. Dann hieß es, das ist ein Teufelszeug. Es will uns beherrschen. Es macht uns krank. Man lernt einfach, dass das Gehirn nicht vorbereitet war auf die Geschwindigkeit, dass die Sichtweisen in der Zeit falsch waren. Warum beherrscht uns die Technik, die uns beschleunigt? Nehmen wir wieder diesen ersten Zug mit 30 km Geschwindigkeit. Warum sagen wir in der Gegenwart, wo die Veränderung stattfindet, es wird uns beherrschen? Naja, das sind glaube ich verschiedene Fragen. Das eine ist, beherrscht uns die Technik oder versklavt uns die Technik. Das habe ich nicht behauptet. Wenngleich man bestimmt auch darüber nachdenken kann. Aber dass wir sozusagen über ein natürliches Zeitmaß hinaus sein, das ist eine These, die ich auch nicht vertreten würde, weil es dieses natürliche Zeitmaß in ganz vielerlei Hinsicht nicht gibt. Sie haben es erwähnt. Man muss dann eben, oder wir können uns auch immer wieder anpassen. Also heute wird uns bei 30 Stundenkilometern auch schlecht, aber weil es so langsam ist. Deshalb will ich nicht das behaupten. Aber was man schon sieht, ist, dass das Gefühl der Zeitknappheit und auch die Überordnung von Zeitlichkeit über alle möglichen anderen Orientierungen immer stärker wird. Ja, das können Sie mit Methoden empirischer Sozialforschung, wenn Sie so wollen, messen. Also das Zeitbewusstsein, das zeitknapp ist, ist zur dominanten Zeiterfahrung geworden. Also wenn man Menschen fragt, wie geht es Ihnen mit der Zeit, dann sagen die alle, die ist so knapp. Und das ist schon mal per se ein riesiges Paradoxon an Betracht der Tatsache, dass wir ja so viele Zeitressourcen einsparen. Und Sie sehen, bei ganz vielen Tätigkeiten gewinnt, man kann mit Niklas Luhmann sagen, es gibt eine Sachdimension, da streiten wir uns um Substanz. Es gibt eine Sozialdimension, was hat das für Folgen, also wo immer Menschen interagieren, geht es auch um das Beziehungsgeflecht der Menschen und es gibt eine Zeitdimension. Und Zeitlichkeit gewinnt an Dominanz, bis dahin, dass man sagt, sie dominiert unsere Werte. Da ist die Überlegung die, dass man normalerweise sagen würde, mach das Wichtigste zuerst, dann das Zweitwichtigste und wenn da noch Zeit übrig ist, machst du das weniger Wichtige. Und wenn man heute anschaut, wie wir leben, dann muss man feststellen, wir machen das Dringendste zuerst und dann das Zweidringendste und wenn dann noch Zeit übrig ist, machen wir die Sachen, die keine Deadline haben. Wir würden das wahrscheinlich für unsere Welt bezeichnen, weil wir halt so vieles machen können. Das heißt, die Optionen dessen, was du in deiner Zeit machst, sind enorm gewachsen, enorm explodiert, würde man dasselbe diskutieren an Orten, wo weniger Angebot da ist, würde man diese Priorisierung wahrscheinlich besser wieder hinbekommen. Ich würde aber ganz gern noch einmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, der mich beschäftigt. Gibt es einen Unterschied zwischen der Wahrnehmung der Weltzeit und der Lebenszeit? Und was bedeutet das, wenn man es so wahrnimmt? Ja, das ist glaube ich auf jeden Fall so. Also Menschen haben das, ich glaube fast qua Menschsein, die Erfahrung, dass ihre Lebenszeit beschränkt ist. Das weiß man, das wissen wir, das wussten Menschen früher auch schon. Und dass also die Welt dahinter sozusagen noch Dinge im Angebot hat, wenn sie so wollen, oder dass es eben eine Weltzeit gibt, die weit über unsere Lebenszeit hinausgeht. Die Welt wird uns überdauern und daraus entsteht eine gewisse Beunruhigung. Da sind wir wieder bei diesem Problem der Endlichkeit. Ihr Leben und mein Leben ist zu Ende vor, die Welt zu Ende ist. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Und da gibt es verschiedene Strategien. Eine ist irgendwie zu sagen, danach kommt noch was viel Schöneres, ein Leben im Jenseits. Oder wir werden wiedergeboren, dann können wir die Lebenszeit auf diese Weise der Weltzeit angleichen. Oder man wertet die Welt ab, es ist sowieso nur ein Jammertal. Aber eine Strategie ist eben die der Beschleunigung, die einem das Gefühl gibt, man gleicht es wieder an. Oder man sagt, es ist so und in der Zeit, in der ich in der Welt bin, ist es auch ich in der Welt. Und danach bin ich vielleicht nicht mehr in der Welt, aber es war eine gute Zeit, in der Welt zu sein. Das wäre diese Vorstellung der Gelassenheit, also das Gelassen damit umgehend, dass unsere Lebenszeit beschränkt ist. Ich glaube aber, dass es keine Frage rationalen Nachdenkens ist, sondern es ist immer auch ein angstbesetztes Moment. Unsere Endlichkeit macht Menschen Angst. Und daraus ist eine Figur, die Sie schon bei Max Weber finden, wenn er die protestantische Ethik beschreibt, diese Rastlosigkeit, eigentlich die moderne Beschleunigung, ist Angst geboren, ist fast eine Panikreaktion auf dieses Bewusstsein, dass man stirben muss. Also was ich sagen will, ist, dass diese Gelassene, ja so ist es, Hauptsache ich habe diese 70 oder 80 Jahre als Gutes. Es ist die Frage auch des Wies, weil wir von Einstein sprachen, der zitierte, oder ich zitiere ihn mal kurz, der sagte, wenn man zwei Stunden mit einem netten Mädchen, damals sagte er Mädchen, ich könnte auch sagen Jungen, was auch immer zusammen ist, meint man, es ist eine Minute. Wenn man aber eine Minute auf einem weißen Ofen sitzt, meint man, es seien zwei Stunden. Was bedeutet die Subjektivität der eigenen Zeitwahrnehmung, gekoppelt an Lust, an Qualität oder an Leid, was bedeutet das für das Zeitbewusstsein des Menschen? Ja, das ist ganz interessant, weil man dann auf die Frage kommt, wieso erleben Menschen heute erstens Zeit als sehr knapp und zweitens als rasend. Also Menschen haben mindestens das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht. Das hängt zum Teil mit dem Alterungsprozess zusammen, wobei übrigens auch interessant ist, wieso, ich glaube die Erklärung geht folgendermaßen, also was Sie gerade beschrieben haben, wenn man mit einem netten Mädchen zusammen ist oder zum Beispiel eine Urlaubsreise macht. Etwas Schönes. Ja genau, etwas Schönes tut, das einen beschäftigt und bei dem man sehr dabei ist, hat man eigentlich immer das Gefühl, die Zeit vergeht rasch, aber man hat viele intensive Eindrücke, an die man sich zum Beispiel am Abend, wenn man sich wieder ins Bett legt, auch noch gerne erinnert. Genau, das nennt man subjektives Zeitparadoxon, die Zeit vergeht schnell, während dem man erlebt, aber wenn man am Abend zurückschaut oder sagen wir mal am Abend, hat man das Gefühl, das war ein langer Tag, weil es ein erfüllter Tag war. Wenn ich hingegen, da wäre jetzt nicht der Ofen das gute Beispiel, sondern wenn ich einen ganz langweiligen Tag habe, also ich sitze irgendwo in einem Wartesaal und es tut sich nichts, dann habe ich das Gefühl, die Zeit steht, also im Vergehen ist sie ganz langsam. Aber wenn ich da am Abend ins Bett gehe, das ist ganz interessant, weil das ist uns nicht so klar, aber kann man gerne ausprobieren an einem völlig ereignislosen Tag. Wenn sie da ins Bett gehen, haben sie das Gefühl, sie sind gerade erst aufgestanden, da ist nichts. Und ich finde, die Erklärung dafür ist eigentlich nicht so schwer, das kann man mit psycho-experimentellen Methoden auch gut zeigen. Es hängt eigentlich an der Fülle der Gedächtnisspuren, die wir angelegt haben. Wenn es viele Dinge gibt, die mich geprägt haben, die mich berührt und beeinflusst haben, dann legt das Gehirn praktisch eine lange Spur für diesen Tag an. Dann habe ich das Gefühl, das war ein richtig langer, schöner Tag oder schöner Urlaub. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wir müssen uns einen kurzen Augenblick denn doch mit dem Gehirn und der Neurobiologie beschäftigen, denn in der Erinnerung, in der Memory ist ja sehr viel drin. Und es beschreibt beispielsweise Pöppel sehr deutlich, indem er sagt, Zitat, was wir jeweils in einem Zeitintervall erleben, hat für uns den Eindruck der Gegenwärtigkeit, sodass es nahe liegt, zu definieren, dass unsere subjektive Gegenwart eigentlich eine lange oder eine kurze ist, aber nach neurobiologischen Erkenntnissen dauert sie bis zu drei Sekunden. Und dann ist diese Gegenwart eigentlich nicht mehr Gegenwart. Eines der ganz schwierigen Probleme von Menschen ist, dass sie ihre Gegenwart suchen. Also viele sind, je älter sie sind in der Erinnerung, also in der Vergangenheit, je jünger sie sind, projizieren sie sehr viel in die Zukunft. Aber es scheint uns schwer zu fallen, die Gegenwart zu finden, zu empfinden und daraus etwas zu machen, das uns in der Gegenwart Zeitgefühl gibt. Warum ist das so? Also ich denke, dass die Beschreibung richtig ist. Wir sind permanent mit dem Vorlaufen auf zukünftige Dinge beschäftigt und auch mit dem Zurücklaufen auf vergangene Dinge, sodass wir fast wie auf einem Zeitstrahl reiten, der uns permanent eigentlich auch in den Umzugregime bringt. Wir müssen Dinge tun, um etwas anderes zu tun in der Zukunft. Und was dabei verloren geht, ist, um nochmal die Gedanken aufzugreifen, dieses intensive Berührt werden von Welt, das ist uns überhaupt erst erlaubt, Erinnerungsspuren anzulegen, um den Gedanken nochmal abzuschließen. Weil ich glaube, die Folge davon ist, oder wir leben heute vermutlich gerade aufgrund des Vergessens der Gegenwart, in Zeitverhältnissen, bei denen es uns schwerfällt, uns überhaupt noch von etwas berühren und bewegen und erreichen zu lassen. Also wir sind vielleicht effizient und erledigen Aufgabe um Aufgabe und haben vielleicht einen ganz vollen Tagesplan. Aber nichts davon hat uns wirklich so berührt, dass eine Erinnerungsspur angelegt würde. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn am Ende des Jahres wir das Gefühl haben, das hat doch gerade erst angefangen. Aber ich kenne Menschen, bei denen passieren Dinge, die jetzt nicht nur im Sinne des Funktionalen und des Erfüllens sind und die haben Erinnerungsspuren. Es gibt aber die Gefahr der Erinnerungsspuren, welche auch immer, nämlich dass die Erinnerung immer wiederum eine Veränderung des in dem Moment stattgefundenen bedeutet. Leo Tolstoi, der Schriftsteller, sagt, Zeit hinter uns, Zeit vor uns, mit uns ist sie nicht. Hat er dabei recht? Ja, nicht immer. Also wir haben ja eingangs uns an Erfahrungen versucht, bei denen man ganz gegenwärtig ist. Die kennen wir durchaus auch. Also wir leben nicht immer in diesem Vor- und Zurücklaufen. Aber das verlangt eine veränderte Einstellung zur Zeit. Nämlich eine, die dieses Idee, die Idee der Bewirtschaftung, also des Zeitsparens, des Zeitinvestierens, wenigstens momentan, momenthaft außer Kraft setzt, sodass eine ganz in der Gegenwart sein überhaupt wieder möglich wird. Und nochmal, ich finde, dieses ganz in der Gegenwart sein darf nicht heißen, dass man Vergangenheit und Gegenwart einfach ausblendet und abschneidet, sondern dass sie ko-präsent werden, dass man sich verbunden fühlt. Und ich glaube, dieses verbunden fühlen, ich stelle mir das eigentlich so vor, als würde man da die Linie verlassen. Also ich habe den Eindruck, dieses Problematische in der Zeit sein, das keine Gegenwart kennt, ist wie wenn man auf einem Zeitstrahl reitet. Also man ist gerichtet auf die Zukunft, hat auch eine Vergangenheit, aber man hat eigentlich keine Breite oder vielleicht kann man auch sagen, keine Tiefe. Man ist nicht wirklich verbunden auf lebendige Weise mit dem gegenwärtigen Moment, mit der Welt in einer, wenn man so will, horizontalen Dimension. Man kann aber auch darüber nachdenken, ob Zeit letztendlich eines der wichtigsten Elemente der Identitätsstiftung ist. Also Zukunft bedeutet ja, ein Lebensziel zu definieren und die Vergangenheit bedeutet, Erinnerungen, wie auch immer sie konnetiert sind, zu entwickeln. Daraus entsteht ja das, was man eine Biografie nennt und die wiederum ist dann die Erzählung meines Lebens, meiner Identität. Wäre das Nicht-Zeit-Empfinden das Ende einer Identitätsbestimmung eines Lebens, das das Ich nicht mehr kennt? Also ich denke, dass es richtig ist, Identität bedeutet einen Sinn für das zu haben, was wir geworden sind und wie wir es geworden sind und einen Sinn für das zu haben, wo wir hingehen wollen. Das ist genau meine Identität. Also wer bin ich? Ich glaube, Identität ist die Antwort auf die Frage, wer ich bin. Und die kann man fast nicht geben ohne einen Sinn für das Gewordensein. Man kann diese Antwort aber auch nicht geben ohne einen Sinn für die Zukunft. Aber, und das ist hochinteressant, wenn man sich die identitätsprägenden Momente anschaut, wenn man zum Beispiel mit Menschen über ihre Biografie redet, biografische Interviews führt, dann stellt man fest, die identitätsprägenden Momente waren Momente der Veränderung, wo plötzlich etwas in unser Leben tritt, mit dem wir so intensiv in einen Austausch treten, ich nenne das eine Resonanzbeziehung eingehen, die die Form hat, etwas berührt mich, ich antworte selbstwirksam, ich fühle mich damit verbunden und werde dadurch verändert. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Fähigkeit verliere, mich berühren und verändern zu lassen, verliere ich auch Identität. Deshalb ist Identität nicht nur der Sinn für eine feste Vergangenheit und eine klare Zukunft, sondern auch die Fähigkeit, sich immer wieder transformieren, verändern zu lassen in dem Prozess. Wenn Sie darüber reden, geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, ich versuche es, solche Sachen wie das Universum ist, was weiß ich, wie viele Milliarden Kilometer mir überhaupt vorzustellen, in 100 Jahren wird das und das sein. Ich weiß nicht, was 100 Jahre sind. Ich fühle ehrlich gesagt auch nicht, was 100 Jahre sind. Ich kann diese Zeiteinheit beschreiben im Verhältnis zu wie viele Hunderten oder Tausenden Jahren es gibt. Wie weit kann ich denn überhaupt Zeitabstände in meinem Resonanzboden des Seins empfinden? Also, dass wir uns jetzt eine ganz bestimmte Zeit unterhalten, das habe ich gelernt. Eine Stunde ungefähr habe ich gelernt. Ich habe auch gelernt, morgen, was das bedeutet. Vielleicht habe ich auch gelernt zu sagen, nächsten Monat. Aber schon wenn ich nächstes Jahr sage, habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich ein denkender Hochstapler. Jedenfalls, ich fühle nicht, was ist nächstes Jahr. Irre ich mich? Bin ich beschränkt? Oder drückt sich damit etwas aus? Naja, ich glaube, da glaube ich tatsächlich, dass die Dinge relational sind. Also es kommt darauf an, um was es geht. Also wenn Sie jetzt an irgendein Fußballspiel oder ein Konzert denken, das nächstes Jahr ist, da glaube ich, habe ich das Gefühl, ganz weit in der Zukunft. Wenn es aber was ganz Wichtiges ist, irgendwie eine berufliche Veränderung oder so, die nächstes Jahr ist, dann kann man plötzlich auch da fast Panik kriegen und denken, oh Gott, das ist ja schon nächstes Jahr. Das heißt, diese Zeitabstände, die empfundenen Zeitabstände haben definitiv einen ganz starken subjektiven Charakter. Und da denke ich, für manche Dinge haben wir durchaus diesen Sinn, auch wenn es sich um ein Jahr handelt oder sogar um zwei Jahre. Also wir haben da die Fähigkeit, uns diesen Moment in der Zukunft lebendig vor Augen zu führen. Und in anderen Hinsichten haben wir es nicht. Aber ich glaube, wir haben keinen leeren Begriff von 100 Jahren. Also wenn ich sage, können Sie 100 Jahre fühlen oder so? Nein. Aber können Sie es fühlen im Vergleich zu bestimmten Dingen? Also ich habe gerade einen Bericht gelesen, dass Afrika vielleicht auseinanderbricht, der Kontinent. Und da habe ich die ganze Zeit auf die Frage gewartet, wann wird denn das sein oder wie lange wird das sein? Und dann dachte ich, wenn der jetzt irgendwie sagt, hätte der gesagt 100 Jahre, hätte ich sozusagen gerade so ein Panikgefühl gekriegt. Dann hat der Geologe aber gesagt 50 bis 60 Millionen Jahre. Und da, natürlich habe ich keinen Sinn für 50 oder 60 Millionen Jahre, aber da hätten 100 Jahre möglicherweise einen fühlbaren Unterschied. Anscheinend hat aber die Ökonomie Sinn, was Zeit ist. Denn dieses Sprichwort Zeit ist Geld ist allen bekannt. Stimmt das? Ob das allen bekannt ist, weiß ich nicht. Aber dass wir natürlich so leben und wirtschaften, da würde ich sagen, das ist definitiv so. Das können Sie weltweit beobachten. Aber ich bin jetzt wirklich nicht hier, weil meine Zeit mit Ihnen auch natürlich mit einem Honorar und Geld zu tun hat. Es gibt eine multiple Begründung. Zeit ist Geld, ja. Ach so. Aber ist wirklich Zeit ökonomisch nur? Nein, nein, natürlich nicht. Also in New York fuhren mal Busse durch die Stadt, die hatten die Aufschrift, jetzt überhaupt ein Zeit sei Geld, ist eine Beleidigung für die Zeit. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich meinte jetzt, dass wir tatsächlich manchmal diesen Sinn dafür haben. Also dass wir halt wissen, wenn ich es eilig habe, muss ich ein Taxi nehmen. Dann muss ich halt leider Geld ausgeben, um Zeit zu sparen. Oder umgekehrt, ich muss Zeit einsetzen, indem ich einen Job annehme zum Beispiel, um Geld zu gewinnen. Das heißt, es gibt viele Hinsichten, in denen das stimmt, aber Zeit geht bestimmt nicht in dieser Form der Ökonomisierung um. Man kann dann darüber grübeln, ob unser Zeitempfinden und Zeitsinn immer stärker von der ökonomischen Logik geprägt wird. Der Kapitalismus jedenfalls hat das Gefühl, Stillstand ist eine existenziell ökonomische Gefahr. Wachstum und Geschwindigkeit sind synonyme Schlüsselworte. Wie beeinflusst unser ökonomisches System, in dem wir ja leben, wiederum unser Verhältnis zur Zeit, nachdem das System Zeit so ökonomisiert? Ich glaube, das führt zu einer Zeitwahrnehmung, die wir tatsächlich aus dem Alltag ganz stark kennen. Ich beschreibe sie mit dem Begriff des rasenden Stillstandes. Dass man nämlich in dem Moment, wo man nichts tut, man könnte sagen, sein Kapital nicht vermehrt, immer schon zurückrutscht auf so etwas wie Rolltreppen nach unten steht. Also wenn man nicht nach oben rennt, sich verbessert, dann veraltet man. Da veraltet unsere Software, unsere Hardware, unsere Kenntnisse, unsere sozialen Beziehungen. Auf all diesen Ebenen müssen wir permanent versuchen, uns zu verbessern, uns zu optimieren, weil wir sonst relativ zu den anderen immer schon im Zurückrutschen begriffen sind. Und dieses Lebensgefühl, dass ich nach oben rennen muss, um nicht nach unten zu rutschen, das hängt, glaube ich, ganz, ganz zentral mit der ökonomischen Logik des Kapitalismus. Nun ist diese Logik, wir hatten darüber schon kurz gesprochen, zusammengekommen mit einer revolutionären Entwicklung von Technik. Da spielt ja Zeit auch eine Rolle. Es hat hunderte Jahre gedauert, teilweise sogar tausend Jahre, um technisch diesen Sprung zu schaffen, den wir beispielsweise jetzt in ungefähr einem Jahrzehnt mit der digitalen Welt, diesem iPhones und was auch immer erlebt haben. Selbst wir sprachen ja darüber mit diesem Kutschen und da kam der Motor und dann kam so eine Eisenbahn und dann kamen plötzlich in der Industrie irgendwelche Geräte, die den Menschen ersetzten. Es sind längere Prozesse, es sind Entwicklungsprozesse. Nun erleben wir beide und alle, die jetzt leben, wie Technik uns in kürzester Zeit nicht nur verändert, sondern das, was es ist, auch wiederum eine völlige Zeitwahrnehmung verändert. Ist das überhaupt erlebbar im Sinne auch einer Reflexion eines sich zu dieser Entwicklung stellen? Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass die Technik nicht der Ursprung ist. Also die Technik fällt ja per se nicht vom Himmel. Ich glaube, diese technische Beschleunigungsrevolution, die Sie beschreiben, die seit dem 18. Jahrhundert sich eigentlich durchzieht, die geht der Veränderung der Zeitwahrnehmung nicht voraus, sondern sie liegt, sondern es ist andersherum. Dass Menschen das Gefühl hatten, Zeit ist knapp, hat sie dazu gebracht, systematisch nach Beschleunigungsmöglichkeiten zu suchen. Und tatsächlich ist diese Besonderheit kapitalistischen Wirtschaftens, dass wir uns nur durch Beschleunigung und durch Steigerung in der Struktur erhalten können. Das ist wirklich eine neue Form der Organisation sozialen Lebens. Natürlich gab es auch früher schon, es gab manchmal Wachstum, es gab technische Erfindungen, aber inzwischen lagen oft Tausende von Jahren und die technischen Erfindungen waren sehr häufig zufällig, da ist jemand über etwas gestolpert oder durch äußeren Einflüsse irgendwie erzwungen. Also zum Beispiel klimatischer Wandel oder da ging ein Rohstoff aus oder auch vielleicht kam ein Krieg oder so etwas. Eine Seuche hat zu einer Veränderung geführt. Die moderne Gesellschaft ist aber so, dass sie sich permanent verändern muss und zwar steigern muss, um das zu erhalten, was sie hat. Auf der anderen Seite reden wir bis dahin über Produktionsveränderungen. Die Produktionen werden beschleunigt, die Menschen werden teilweise ersetzt durch Maschinen, die in der gleichen Zeit mehr leisten können. Die Revolution, über die wir reden, ist jetzt ja auch eine kommunikative Revolution. Das heißt, ich mache mein Gerät auf und bin, wir sprachen über Raum und Zeit, in Sydney. Eine Raumüberschreitung, die in der Ist-Sekunde zeitgefühlt stattfindet, als würde ich jetzt nicht zigtausende Kilometer weiter sein und ich kann dadurch Kommunikation, ob berufliche, private oder sonstige, in einer Ist-Zeit durchführen, wie das bisher für den Menschen völlig undenkbar war. Also ich würde Ihnen zustimmen, ich glaube, dass die Veränderungen auch unseres Alltagslebens eigentlich in allen Hinsichten, also gleichgültig, ob es ums Spielen geht, ums Kommunizieren, ums Arbeiten, ums Sich-Informieren, um Unterhaltung. Alles, was wir tun eigentlich, machen wir mithilfe jetzt digitaler Medien und damit im Prinzip in gewisser Weise ortlos, also man hat von überall her Zugriff auf die gleichen Dinge, in Echtzeit. Also man hat sofort Zugriff auf alles Mögliche und das verändert das Leben vermutlich stärker, als es das Automobil getan hat oder wahrscheinlich sogar stärker, als es die Erfindung der Elektrizität oder sogar der Schriftkunst getan hat und wir wissen noch nicht, wohin das führt. Ich will es nochmal beschreiben, also mit dem Motor, ob jetzt Auto, Flugzeug, welches Reiseinstrument auch immer, bin ich jedenfalls physisch von A nach B. Die Geschwindigkeit, die Zeit wurde immer schneller. Nichtsdestotrotz befand ich mich als Mensch, als Körper dann irgendwo anders. Das wird ja durch die digitale Revolution ersetzt. Ich habe den Eindruck, mit Ihnen in Sydney im Café zu sitzen und zu quatschen oder eine Konferenz mit 24 sogenannten wichtigen Entscheidungsträgern, wo auch immer Sie sind, zu führen, aber ich bin nach wie vor dort, wo ich bin. Das ist dann doch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit. Übrigens hat Paul Virilio, der französische Beschleunigungsforscher, das schon vor 40 Jahren beschrieben, dass er sagt, zuerst haben wir eine Transportrevolution, wir können schneller von A nach B gehen. Was aber immer noch impliziert, dass halt trotzdem noch eine räumliche, die räumliche Distanz zwischen A und B bleibt ja die gleiche, aber die Zeit nimmt ab, sodass New York eben dann irgendwann nur noch sieben Stunden entfernt ist mit Flugzeug und nicht mehr vier Wochen wie mit dem Segelschiff oder eine Woche wie mit dem Dampfer. Das bedeutet, New York rückt näher, gefühlt näher an Frankfurt, Berlin oder Bonn heran. Dann sagt er, der zweite Schritt ist die Transmissionsrevolution. Wir holen die Welt ins Wohnzimmer. Mit dem Bild am Fernseher ging das, was Sie beschreiben, eigentlich schon länger. Ich schalte den, knipse den Fernseher an und habe die Olympischen Spiele in Sydney oder wo immer sie sein mögen. Ich war nicht aktiv dabei. Aber ich wusste, ich hatte das Bewusstsein einer örtlichen Getrenntheit. Und die neuen Medien erlauben uns sozusagen, aber auch das hat Virilio schon vorher gesehen, er hatte diese Idee, dass wir mit Datenanzügen da sitzen. Und er sagt übrigens, dann bewegen sich nur noch die Datenströme. Und wir können aber nicht mehr sagen, an welchem Ort wir uns befinden, weil wir die perfekte, das ist ja nicht eine Simulation, sondern praktisch die perfekte Transmission anderer Orte kriegen. Und de facto sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt. Wir können mit Hilfe vielleicht einer Fusion von Bio- und Computertechnologien irgendwann diesen Zustand wirklich realisieren. Aber wir sollten noch mal darüber nachdenken, ob das dann das gute Leben ist, das wir haben wollen. Sie beschreiben das ja als Beschleunigungstotalitismus. Ist das kulturpessimistisch oder ist das momentan für Menschen wie Sie und auch mich bereits im Verhältnis zu jetzt Zehnjährigen unsere eigene Unfähigkeit, Unbeweglichkeit, sich in einen Prozess hinein zu bewegen, um zu sehen, wo sind für mich die Vorteile als Mensch und zu akzeptieren, in den nächsten Jahrzehnten werden wir schon das machen, dass die Nachteile geringer werden und die Vorteile besser. Haben wir diese Option? Also da beginnt meiner Ansicht nach, da beginnt wirklich das philosophische Problem, weil die Frage ist, was sind denn eigentlich Nachteile und was sind Vorteile? Wir haben bisher immer alles, was uns sozusagen Optionenvermehrung erlaubt. Ich nenne es übrigens jetzt Weltreichweitenvergrößerung. Also alles, was mir Welt in Reichweite bringt. Das hängt ganz eng mit dem Problem zusammen, was Sie thematisiert haben mit Weltzeit und Lebenszeit. Die Moderne legt es darauf an, Welt verfügbar zu machen. Und was wir gerade diskutieren ist, New York und Sydney und Singapur verfügbar zu machen mit allen Daten, mit allen Sinnen. Und diese permanente Vergrößerung von Weltreichweite hat selber ein paar Nachteile. Umweltzerstörung wäre ein Moment, auf das es mir im Moment gar nicht so sehr ankommt, sondern die Frage ist, was passiert mit meiner Erfahrungsqualität, mit meiner Lebensqualität? Wird dadurch meine Zeit wirklich besser? Und meine These lautet tatsächlich, dass durch die permanente Vergrößerung von Weltreichweite wir in ein Verhältnis zur Welt gebracht werden, dass man eigentlich mit dem Begriff der Entfremdung beschreiben kann. Wir verwandeln sie uns nicht an und dann ist der scheinbare Vorteil eigentlich ein Nachteil. Aber ist die Entschleunigung, die wir ja auch diskutieren, ein hilfloses von gestern? Oder ist das, wie es ist und wie Sie es jetzt beschreiben, zwingend? Ist Entschleunigung eine Option? Nein, also ich glaube nicht per se und sie wäre auch nicht wünschenswert. Sie können weiter, wir haben noch wenige Sekunden. Also ich glaube, Entschleunigung ist erstens nicht wünschenswert, eine langsame Achterbahn hilft nichts und sie ist auch nicht möglich, so wie die Welt ist. Also ich habe es genossen, mit Ihnen die Zeit zu verbringen und ehrlich gesagt, habe ich auch gar kein Zeitgefühl dabei gehabt und ich denke, das war gut. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns. Gerne geschehen. Gerne geschehen. Gerne geschehen. Gerne geschehen. Untertitelung. BR 2018